So, wir machen jetzt hier ein kleines Explosions-Spielchen mit dem Offer, oder? Weil Phil ist ja Gas. Ja, jetzt gebe ich Gas, weil Philipp hat zwei davon. Und wir sind halt so rich boys, ey. Rich boys, ey. Ja, komm mal rein, die Scheiße. Ja. Ich gebe mir Mühe. Sagen wir es mal so. Fährst du schon? Ja. Ist das jetzt aus dem Kaffee alles los, oder? Da läuft einer. Ja, komm, Scheiße. So. Hilfe. Alter. Wenn es immer voll leckt, der wird dieses Wetter wechselt. Oder wenn der die Tageszeit ändert. Ich gebe einfach Vollgas. Ja. Ich gebe aber noch nicht Hartgas, weil ich wieder abbremsen muss wegen der scheiß Kreuzung, äh, wegen der scheiß Kurve da. Das ist krass, ich schon vorher gegen so ein Laternenmast. Ich habe doch gesagt, ich muss langsam mal fahren, ich nehme mir noch mal schnell anlaufen. Echt? Alter, komm schon. Ja, ich bin nur ein paar Meter von dem Ding entfernt. Darum hasse ich diese esslige Kurve. Jetzt dreht er da um. Ja, wir können auch schon mal sagen, es wird wahrscheinlich auch noch ein Arma 3 altes Live-Let's-Day geben. Genau, also schon mal schön abonnieren, dass ihr nichts verpasst. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt gebe ich Vollgas. Okay, ich bin zu nah dran, weiß ich gar nicht. Warte, ich mach die Innensicht. Nee, die Außensicht muss ich nehmen, weil das kann ich da nicht geschafft tun. Vollgas! Oh scheiße, die Schrank sind zu! Alter, hab ich grad'n Leck. Ach, schön. Warum habt ihr die Schranken denn nicht aufgemacht? Ja, wir wollten ja, dass wir gegen... Ach so, ich dachte, die Schranken wären offen und ich fahr dann gegen dieses, äh, Sandsack-Teil da. Ja, wir konnten genitalter. Achtung, Philipp, nicht, dass du dich anbrennst. Äh, äh, äh. Oh mein Gott, Philipp, bist du da? Ich seh dich ja gerade. Ja. Philipp, da ist ein Rebell. Ja. Was passiert? Okay, das wird scheiße. Sag, du kennst du nicht, sag, du kennst du nicht. Fragezeichen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wo bist du? Ey, wer hat da keine Kleidung an? Ich hau ab. Ey, hier, nicht, ey, die Leiche durchsuchen, das ist voll scheiße. Ich glaub, es hackt. Kann man mich hören? Nee. Scheiß drauf. Okay, dann war's das jetzt. Oh ja. Tschüss. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins.